Ich sitze hier rum und ich rauch Zigaretten und frag mich, wie's dir wohl so geht Hast du wohl endlich jemanden gefunden, der deine Eskapaden versteht Ich hab immer wieder mal an dich gedacht und in letzter Zeit doch ziemlich hart Als vorhin wir anrief, hab ich irgendwie nur die Stimme zu hören Maria, du bist der Wahnsinn, ein Person Maria, Himmel und Hölle im Kunden erziehen Ich hab seit dir bei Marias getroffen Maria, ich geb es gern zu Es war mir bisher sehr unmöglich zu finden Ein Mädchen, das so verdammt gut küssen konnte wie du War nicht immer leicht, denn es kümmert nichts an Es ist mich manches Mal irritiert Ich hab nur einmal dein Geburtstag...